Ah, und jetzt willkommen zurück zu Starfield. Wir quatschen hier gleich mit dem Lu, nur ganz kurz mini-sorry zur letzten Folge, weil die ein bisschen chaotisch war. Ja, einmal hat irgendwie der Nachbar einmal kurz geklingelt hier, dann musste der Hund ganz dringend raus und hab mich davor schon ein paar Mal angestupst und war alles leicht chaotisch und da war ich auch dementsprechend abgelenkt in der Folge. Ich soll nicht mit dir reden. Ganz ehrlich, ich will bei dem jetzt kurz quatschen. Der maut mich hier schon die ganze so dumm von der Seite an. Was ist denn dein Problem? Du legst mich noch in Schwierigkeiten. Aha. Okay. Willst du nicht mit mir reden? Na gut. Dann quatschen wir mal mit Lu. Irgend so ein Topseiler kommt in meine Bar und will Percival Walker finden. Da fragt man sich doch, was du von ihm willst. Das geht dich überhaupt nicht so an. Ja, das hier unten werden sie uns nicht glauben. Ich gehe aber mit der ersten Option, weil wir müssen noch keine weiteren Namen erstmal hier droppen. Ich bin für die Vanguard hier. Er muss sich was ansehen. Ach, wirklich? Tja, dann dürftest du ja keine Probleme haben, ein paar einfache Fragen über die Vanguard zu beantworten, oder? Zum Beispiel, was Supra et Ultra bedeutet. Du weißt schon, euer Vanguard-Motto. Ja, was tut das denn zur Sache? Ähm, was war das nochmal? Genau, funkel, funkel, kleiner Stern. War es jenseits unterhabend, oder war es stark unterhabend? Oh Gott. War noch sowas nicht gemerkt? Ähm, ich sag mal die oberste Option. Habe ich mir gedacht, du erzählst scheiße. Ich kann dir nicht helfen. Bitte, es könnte Leben in Gefahr sein. Sag mir einfach, wo ich ihn finde. Stopp. Selbst wenn ich wüsste, wo er ist, erzähle ich doch niemandem dahergelaufenem... Ha, vielleicht kannst du da ja was machen. Percival hat Schulden bei der Handelsaufsicht. Das weiß ich. ...und zeigt, dass du mit ihm und den anderen Devils befreundet bist. Und Freunden helfe ich immer gern. Wie soll ich deiner Meinung nach Percivals Namen reinwaschen? Nun, der direkteste Ansatz wäre, einfach bei der Aufsicht reinzuspazieren und die Schulden gleich zu begleichen. Falls du Credits hast, die du nicht brauchst. Angeblich speichert die Aufsicht ihre gesamten Unterlagen und Inkasso-Dateien auf einem zentralen Server in ihrem Lagerraum. Wenn da jemand einbrechen und Percivals Schulden auf, sagen wir mal, ein paar akzeptable 100 Credits anpassen würde, könnte ich die Kosten gerne übernehmen. Okay, das klingt schon besser. Du und Percival, ihr habt beide Red Devils. Kannst du mir was darüber erzählen? Und was mir auch aufgefallen ist, er hat auch so rote Augen wie jetzt die Forscherin letztens. Hier hinten, die haben irgendwie beide so rote Augen. Also bei ihm erkennt man sich ganz, aber ich glaube auch. Was ist damit eigentlich auf sich? Die Red Devils waren die heftigste Marineeinheit der UC Navy. Um reinzukommen, musste man mindestens einmal als Dusty gearbeitet haben. Das hat uns abgehärtet. Deswegen haben wir uns um die UC Xenowaffen gekümmert. Keine andere Einheit konnte diesem Druck standhalten. Percival war aber kein einfacher Soldat, sondern Wissenschaftsoffizier. Hat dafür gesorgt, dass sich die Monster bei uns benahmen und bei allen anderen nicht. Aber genau diese Monster haben uns das Genick gebrochen. Als der Sperrvertrag in Kraft trat, wurde alles auf Eis gelegt, was mit Xenowaffen zu tun hatte. Auch die Red Devils, die sind nur noch eine Erinnerung. War ja klar, dass die zur biologischen Kriegsführung, sage ich mal, eingesetzt worden sind. Nennen wir es mal erweiterte biologische Kriegsführung. Du hast also auch mit Xenowaffen gearbeitet. Ich? Nee, war bei der Infanterie. Aber meine Soldaten wurden mit denen eingesetzt. Sowas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Monster aus den finstersten Winkeln der Schwarze wüteten auf dem Schlachtfeld. Kann verstehen, warum das verboten wurde. Der Sperrvertrag hat uns am meisten wehgetan, aber nicht alles, was dadurch entstand, war schlecht. Okay, mal schauen, ob ich diese Schulden begleichen kann. Ich freue mich schon auf die gute Nachricht. Okay, genau, optional, ändere den Restschuldbetrag. Welcher Kopfgeldjäger? Komm her. Ach, jetzt willst du mit mir reden? Sprich mit dem Gast in der Bahn, ändere Percivals Restschuldbetrag. Wir reden mit ihm hier. Hab gehört, wie du mit Lou geredet hast. Du hilfst also Dr. Walker? Warum? Weißt du, wo ich ihn finden kann? Oh, nein. Ich habe eine Vermutung. Aber du willst Percival doch helfen, oder? Na klar, jetzt hätte ich wohl keine andere Möglichkeit, ihn zu finden. Na klar. Pass auf. Ich weiß, wie du das hinkriegst, ohne irgendwo einbrechen zu müssen. Wässriger Hämatit. Der Mars ist voll davon. Die Leute halten ihn für Müll. Aber Percival und ich haben an Projekten in den Tiefminen gearbeitet. Zumindest, als er noch nicht für die Handelsaufsicht geschuftet hat. Aber wir wissen, wie man ihn nutzbar macht. Und profitabel. Wenn du Octai bei der Aufsicht unserer Forschung gibst, müsste das Percivals Schulden mehr als begleichen. Der sucht immer nach Vorteilen für sich. Das klingt auf jeden Fall schon mal besser. Wie das irgendwo einbrechen müssen oder selbst bezahlen. Entschuldigung. Wer bist du nochmal gleich? Oh, ich bin Cambridge. Ich war Percivals Assistent. Oder eher sein Schüler. Er hat mich eingestellt, damit ich ihm bei einem seiner Nebenprojekte helfe. Ich kenne all seine Experimente. Und ich wusste, dass das hier was Großes war. Das macht ihn da schon mal ein kleines bisschen sympathischer. Äh, Wässriger Hämatit. Was ist das genau? Hauptsächlich Eisen und Abwasser aus drei Jahrhunderten. Aber nur Percival kann dir sagen, was da an Spurenelementen und so einem Zeug drin ist. Aber er sammelt sich in der Nähe von Siedlungen an und irgendwas im Marsboden wandelt ihn um. Ah, und wir glauben, dass wir eine neue Verwendung dafür gefunden haben. Ihr Projekt habt etwa Champs hergestellt? Nein, 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 nein. Ja, schon, aber medizinische. Ich habe ihm geholfen, das herzustellen, was der Stadt fehlte. Und dann haben wir es günstig an die Miner verkauft. Aber die Aufsicht hat davon Wind bekommen und wollte ihren Anteil. Ah, ja. Es gibt wohl einen Grund, warum die Aufsicht es noch nicht hat. Äh, ja. Wir konnten die Forschung nie abschließen. Spacer haben sich eingenistet und uns vertrieben. Aber wenn du sie beseitigst, kann ich dir zeigen, wie du die Forschung fertigstellst. Dann kannst du sie der Handelsaufsicht geben und die Leute haben wieder Arbeit in den Tiefminen. Es gibt wieder Jobs. Ich werde ein moderner Volksheld und muss nicht mehr auf einem aufgeblasenen Raumanzug schlafen. Was sind Spacer? Ja, gut, äh, die Frage müssen wir, glaube ich, nicht stellen. Aber klingt auf jeden Fall besser, wie wenn ich irgendwo, ähm, einbrechen muss. Und Spacer vermöbeln tun wir doch immer gerne. Ja, gut, sag mal einfach, wo diese Mine ist. Ja, ja. Der Zugang zu den Tiefminen liegt außerhalb der Stadt, ist nicht weit. Du musst wahrscheinlich nicht mal dein Schiff nehmen. Wir waren beim Hauptbohrer. Wenn du den Spacer-Anführer ausschaltest, dürfte der Rest die Botschaft verstehen und sich verziehen. Melde dich danach über das Kompfeld bei mir. Dann kann ich dir zeigen, wie du die Forschung zu Ende bringst. Okay, klingt doch soweit schon mal ganz simpel. Ja, ich bin an dir vorbeigelaufen, alles gut. Kein Stress hier. Nur Mining-Mitarbeiter der Deimos Sternenwerb dürfen in Cydonia und der Umgebung Ressourcen abbauen. Es ist Bürgerpflicht, unbefugtes Mining an die Cydonia Security zu melden. Also genau, das heißt, wenn wir jetzt hier abbauen, dann gibt es Ärger. Okay. Henry Hank Ferraro. Ferraro? Hier gäbe es Eisen, aber ich glaube, deswegen sollten wir uns nicht mit irgendjemandem hier anlegen. Gut, warte, hier Tiefminen. Wir müssen nicht mal das Schiff nehmen, hat er gesagt. Wie kommen wir denn am besten da hin? Okay, steht so nicht direkt hier. Das sind jetzt schon mal keine der Stationen. Hier ist noch eine Höhle, aber keine Ahnung. Was mir so ein bisschen fuchs ist, dass wir hier irgendwas noch nicht erkundet haben. Können wir mal, ich reise mal kurz nach oben. Geht jetzt ein bisschen schneller, wie wenn wir jetzt laufen. Ich versuche ja gerne mal so, ja, so rumrennen, Teile ein bisschen zu minimieren. Ich meine, wenn ich privat spiele, bin ich tatsächlich eher der Spieler, der wenig Schnellreisen nutzt, der eigentlich echt viel zu Fuß läuft. Aber im Let's Play denke ich mir öfters mal so, naja gut, man muss jetzt nicht jeden Meter zu Fuß rennen. Weil das zieht sich dann doch ein bisschen. Aber wir machen das auch schon noch oft genug, also keine Sorge, wir werden nicht super viel jetzt hier irgendwie rumspringen. Was leuchtet? Achso, das ist eine Lampe. Ich dachte, da liegt irgendwas zum Looten. Da war ich gleich wieder bereit. Wo geht's denn da eigentlich noch rein? Da fällt mir gerade ein, wir wollten doch eigentlich mal noch bei Jamison ja auch noch in irgendeine Tür hinten reinschauen. Bei dem Launchpad hier. Das ist hier Freestar Pickup. Oh Gott, ist das ein Monsterschiff. Das hat, glaube ich, ordentlich Frachtraum. Ach, unzugänglich. Okay, ich hätte mich gewundert, wenn wir da einsteigen könnten. Das heißt, durch Einbruch oder sonst wie. Das hier nicht Storage könnten, aber die kann man nicht looten, ne? Ne, das sind die ganz normalen Festen. Weiter sind die Mine da hinten weg, also die ist zwar hier in der Nähe. Ich schätze mal, wir werden sowieso da so hinlaufen müssen. Das Launchpad war... War das das Ding da? Ich glaube schon, oder? Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal demnächst hin. Ich mag es nicht, wenn ich nicht die 100% habe. Weil wenn sie, sag ich mal, relativ greifbar sind, relativ einfach zu erreichen sind auch. Na ja, wir schauen mal, dass wir zu dieser Mine-Seite kommen. Ist jetzt nicht unbedingt sonderlich spannend hier, dass weder Kreaturen noch sonst irgendwas auf diesem Planeten gibt. Die landen irgendwo anders, okay. Warte, ich schau mal doch ganz kurz. Bitte landen. Also ich kann, ja, ich kann nicht schnell reisen, wenn ich springe oder falle, natürlich. Moment. Halt, entfernen. Ne, bringt so nichts. Schade. Ich dachte, man kann mit einem... Vielleicht auch einfach irgendwie random irgendwo landen. Wahrscheinlich muss ich dafür im Schiff sitzen, bin mir nicht ganz sicher. Na ja, gut, hinter dem Hügel, denke ich mal, soll es jetzt auch schon sein. Ist zwar noch keine Meter Entfernung angezeigt. Ach doch, jetzt so. Aha, deswegen, weil der Ort nicht direkt hier auf der Karte auftaucht. Ich dachte, es wäre noch weiter, deswegen wollte ich auch schon fliegen. Oder irgendwie schnell reisen. So, wir gehen mal wieder auf unsere Lieblingswaffe hier. Ich muss mal irgendwann ein bisschen durchsortieren. Bei den Favoriten, weil aktuell... ...wähde ich zu auf die Sachen aus, die ich gar nicht haben will. An Waffen. Wir haben einen Soldaten draußen stehen, den ich jetzt gerade nicht sehen kann. Also mal schnell hinsprinten. So, verlassene Minen. Den musste ich erledigen. Und den auch. Gut, dass unsere Knarre ja gar nicht laut ist. Jetzt aber... Da steht noch einer. Tue ich das. Ist dir ganz sicher? Oh, Level 30. Aber ja. Lächerlich. Was ist denn Level 30 auf einmal? Interessant. Ist noch mehr Feinde? Ich glaube nicht, oder? Das war es schon. So, dann wie immer erstmal hier in den... ...Scanner-Modus. Mal auf, rumzuzucken. So ein Krach hier, Alter. Giftgas-Miner. Oh, das klingt aber böse. Ah, das nehmen wir da gerne mit. Oh, mächtig Munition. Lalalalala. Die ganzen Waffen und so nehmen wir einfach mit. Die verkaufen wir dann wieder. Das handhaben wir einfach wie immer. Mal gleich rein. Wir looten ganz schnell nach draußen. Die anderen, die wir alle weggeballert haben. Die würde ich mir gerne zuerst mitnehmen. Das sind jede Menge Kleinkram wieder in den Regalen. So, sind das Container, die man looten kann? Ne, ah ne. Das sind Stromkästen oder so ähnliches. Okay. Dann mal schnell zu euch. Drei Leuten hier. Ich weiß nicht, wie viele wart ihr denn? Das war es wahrscheinlich eh schon. Ah, da hinten noch. Eventuell. Ne, nur Müll. Ja, aber hier. So. Fast, dann können wir weiter. Wahrscheinlich müssen wir in die Minen noch rein. Könnte ich mir vorstellen, dass hier ein Eingang in die Mine ist. Genau. Mal gucken, wie die von innen ausschauen. Ob wir das Design schon kennen oder nicht. Ja, nee. Schaut neu aus. Oder schaut unbekannt aus. Das nehmen wir mal mit. Konsumiere ich jetzt mal ausnahmsweise nicht. Wir schleichen trotzdem mal erstmal hier rein. Wissen ja nicht, ob hier noch welche auf uns warten. Also der Kommandant muss ja hier noch sein. Wir haben ja immer noch die Aufgabe. Wir haben jetzt irgendwie einen relativ, ja, high-level Gegner getötet. Aber da hieß nur Spacer abschauen. Also war das nicht, nicht der, den wir töten müssen. Ach, hier hinten eine kleine Kiste. Nein. Mach die Lampen ja mal gar nicht so gerne an, ehrlich gesagt. Ich glaube, die können die Gegner ja auch sehen, ne. Ja, ja, da hinten waren Feinde. Auch ein Leid. Oh, die sehen halt so schnell, ne. Was wir definitiv noch brauchen, das wollte ich mich gerade eben sagen, ist ein richtiges Scharfschützengewehr. Geht zwar gerade nichts, aber... Ah, zeig dich. So, da ist einer. Ding. Einmal nachladen. Drei Gegner haben wir auf jeden Fall auf der Karte noch angezeigt. Da sind die anderen. Da hinten. Wir fliegen einfach mal ganz entspannt hier rüber. Ach. Das sind nur 30 Schuss, alles doof. Die hat gesessen. So, den haben wir auch. Einen gibt's noch. Hätte ich hier wieder ne wunderschöne Pistole raus. Ach, da bist du. Huch. Hoppala. So. Dann... Ich mach's mal so. Diesmal wir looten das auf dem Rückweg. Wir gehen jetzt erst hier weiter. Der Commandant lebt ja immer noch, also wir müssen noch weiter nach unten. Die ganzen Sachen, die wir finden, wiegen alle so viel. Ich mach mal kurz den Scanner weg. Ich will diese Waffe wieder. Die hat nämlich richtig Wumms. Die taugt mir sehr. Mach's mal hier ruhig runter. Die mit Schleichen funktioniert sowieso aber nur so semi gut, hab ich das Gefühl. Oh, zeigst du noch mal dein Köpfchen? Jawoll. So, und einfach volle Kanne reinhalten. Okay, zwei leben noch. Ich will den einen von hier drinnen überraschen. Hier durch. Ja, nee, schade, ich hätte gedacht, wir können runterlaufen. Hui, und Surprise. Ah, wo bist du? Hä? Hier war doch einer. Ist er da rüber gelaufen? Ist er hier drin? Hallo, wo bist du? Das war dein letzter Fehler. Da bist du. Ah, war es sicher ein Fehler von mir? Ich glaube ja kaum. So, ich snacke aber wieder komplett ganz schnell durch. Wie, der Safe ist leer. Was ist das denn? Ah, Klebstoff. Ja, hervorragend. Der Safe ist auch leer. Dichtende nehme ich auch mal gerne mit, aber der Safe, den kann man reinsperren. Ich hoffe, der hat auch was für uns. So würde das gehen. Mal schauen, was nur außen einsetzbar ist. Das hier zum Beispiel. Das würde dann aber so nicht mehr funktionieren. Der geht nur hier unten. Oder? Ah, nee, wir gehen auch so. Warte. Ah, aber das passt. Oder? Warte mal. Das und das. Moment. Oh, das würde passen. Zack und zack. Perfekt. So. Der hier geht zum Beispiel nur hier. Ich würde gerne mal noch aufheben. Der passt. Diese beiden hauen hier hin. Ach, genau. Den eins aber auch mal hier. Den drin habe ich gar nicht gesehen. Umso besser, dass er jetzt hier passt. Und dann so und zack. Offen ist das Ding. Ah ja, hier. Ach, macht nicht viel Schaden. Gibt ein bisschen Geld. So, einmal wieder. Wie immer. Alles. Egal. Wird nichts Wichtiges drin sein. Was habt ihr noch hier drin? Auch leere Saves. Ja, also diese Essenspacken. So, die muss ich danach dann wieder mal aussortieren. Konsumieren. Wie auch immer. So, Einsteiger. Der ist noch easy. So und so. Du, der passt. So, genau. Zack. Hier bedienen wir uns natürlich schön. Hier müssen wir uns aber ganz kurz dann fertig looten. Jetzt haben wir schon angefangen damit. So, verbrauchen. 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 Zack, zack. Alles. Einfach wegfuttern. Wirst du nicht nehmen, doch. Halt. Weg damit. Ich möchte verbrauchen. Das ist so krass, wie viel man halt eigentlich essen muss, bis man das Leben wieder regeneriert hat. Aber deswegen futter ich das einfach nur so alles weg jetzt hier. Okay, ja, in der Küche war es nicht so viel, aber oben war eine dicke Kiste auf jeden Fall. Aber hier möchte ich mich noch umschauen, ob vielleicht nicht wieder irgendwo so eine Zeitschaft oder sowas rumliegt. Sag, das kann man mitnehmen. Pfirsich. Nee, den lasse ich mal. Den haue ich jetzt nicht. Ich weiß, wir haben schon ein paar so Dinger mitgenommen. Aber, naja. Wenn ich sehe, dass irgendwas da ist, was ich jetzt nicht mitnehmen möchte, dann versuche ich es auszulassen. Wenn es geht. Genau, hier lag noch was rum. Aber dann können wir mal kurz nach oben gehen, oder? Erstens hängen hier Gegner rum. Die wollen noch looten müssen. Oh, der hängt. War auch echt lustig hier. Im wahrsten Sinne des Wortes hängt er in der Rehling. Ah, schönes Fitnessstudio hier. Das ist Leitfaden für Chunkspersonal. Aha. So, dann mal mit Scanner hier unterwegs. Hier gibt's... ...nix. Genau, die Kiste mal... Wow. Ist ja fast nix drin, dafür, dass so ne dicke Kiste ist. Ah, und hier. War und Skriptur 10. Erhöht darauf zusätzlich den Schaden durch Schleichangriff Treffer um 5% und die Schleichbonus um 1. Ah, das ist super. Schleichbonus nehm ich. Weil aktuell werden wir noch sehr, sehr einfach, sehr viel und sehr schnell erkannt. Oder entdeckt. Schriften von Varun-Kätzern. Oh. Die sollten wir hier auf dem Mars verkaufen. Damit sollten wir aufpassen, weil das wieder Schmuggelware. Mit der sollten wir nirgends einreisen. Ich hoffe, ich denke dran, sonst gibt das Ärger. Das hatten wir ja schon mal. Wir haben uns auch schon bessere Tage gesehen. Oh, die Füße hängen da unten drunter. Oh, das ist ja unangenehm. So, ich glaube, den hatten wir schon. Genau, ich glaube, dann können wir jetzt weiter. Oder, ah ne, hier waren wir noch nicht drin. Oder waren wir? Ah, ne, doch, waren wir. Ah, die Spinde habe ich nicht aufgemacht. Deswegen. Oh. Der ist wohl zum Entsperren. Na dann. Sogar ein Spind auf der Stufe Experte. So, wir haben einen Einser. Sogar mehrere. Perfekt. Dann nutzen wir den gleich. Den würde ich hier nutzen. Und den Einser. So, der geht hier. Und der geht hoffentlich auf der anderen Seite. Jawohl. Zack, zack. Das geht noch easy. Ach komm, wir nehmen aber alles mit. Außer so ein Billow-Hut. Aber die Anzüge, die wir gerade mitgenommen haben, die sind halt auch nix wert. Kann man eigentlich auch liegen lassen. So, und einmal hier durch. Zack, zack, zack. Ja, wir haben schon angefangen damit. Dann bringen wir es auch zu Ende. Das nehmen wir noch so mit. Zack und zack. Das nehmen wir auch mit. Und das da unten futtern war weg. So, genau. Hier ist die Küche. Hier waren wir auch schon drin. Aber hier liegt noch was zum Futtern. Ein Chunks Cheese Steak. Okay, jetzt aber weiter. Oder war hier oben noch was? Nee, gell. Nee, ah genau. Hier waren wir gerade eben schon. Äh, bis nach vorne können wir sprinten. Ah, irgendwas schickes hier. Nee. Oh Gott. Thermoparasit. Ich wollte gerade schon sagen, was ist das denn da ekelhaftes? Das sah komisch aus. Ah, vielleicht sind das ja die komischen Eier, die dann in die Menschen reinschlüpfen mit den Parasiten. Daraus werden dann die Terrormorphs. Wer weiß, wer weiß. Ich würde sagen, ich verabschiede mich mal aus dieser Folge. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir diesen Commander der Spacer hier finden. Und hoffentlich dann auch bald dem Doktor, wie heißt er, Walter? Keine Ahnung. Helfen können. Und ihn auch vor allem finden können. Und ja, bis dahin. Ich bin am liebsten, bis das Zuschauen. Und bis dann. Macht's gut. Tschüss.